Köln, der Presseclub mit Ellen Emy. Hallo und herzlich willkommen. Was war das für ein Auszählungskrimi bei der US-Wahl in den vergangenen Tagen? Überall wurde extrem gewissenhaft und sorgfältig gearbeitet, um ja keine voreiligen Entscheidungen zu treffen. Stück für Stück hat sich Joe Biden in den entscheidenden Staaten nach vorne gearbeitet. Und dann kam gestern, kurz nach 17.30 Uhr, die Eilnachricht, Pennsylvania geht an die Demokraten. Und so verschafft der Staat, in dem Joe Biden geboren wurde, ihm die nötigen Wahlleute, um über 270 zu kommen. Er ist der designierte 46. Präsident der Geschichte. Was jetzt auf Joe Biden zukommt, welche Herausforderungen er in seinem Land bewältigen muss, aber was das auch für Deutschland und Europa bedeutet, das möchte ich jetzt mit meiner Runde hier diskutieren. Im Presseclub mit dem Titel Zittersieg für Biden. Was kommt nach der US-Wahl? Und ich begrüße ganz herzlich meine Gäste. Frederik Pleitgen, er ist internationaler Korrespondent für den amerikanischen Sender CNN mit Sitz in Moskau. Aus dem ARD-Studio in New York ist meine Kollegin Christiane Mayer zugeschaltet. Sie war bis vor wenigen Stunden selbst noch in Pennsylvania. Und dort ist es 6 Uhr morgens Ortszeit. Danke, dass Sie dabei sind. Im Studio hier begrüße ich Stefan Götz-Richter. Er ist Herausgeber des täglichen Online-Magazins The Globalist. Und aus dem ZDF-Studio in Berlin ist Katrin Benhold zugeschaltet. Sie ist die Berliner Bürochefin der New York Times. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Und für unsere Zuschauer und Nutzer da draußen in den sozialen Medien können Sie auch mitdiskutieren, Fragen, Meinungen loswerden. Überall dort, wo Sie den Presseclub in den sozialen Medien finden. Jetzt blicken wir aber erst mal auf die ganz frischen Bilder der vergangenen Nacht, als Joe Biden mit seiner Kamala Harris, seinem Running Mate, vor seine Fans getreten ist in Wilmington, seinem Heimatort. Joe Biden, der designierte Präsident der Vereinigten Staaten. Unter Jubel tritt er vor seine Anhänger und wendet sich mit versöhnenden Worten an sein Land. Ich gelobe, ein Präsident zu sein, der nicht spalten will, sondern vereinen. Der nicht rote oder blaue Staaten sieht, der nur die Vereinigten Staaten sieht. Donald Trump will die Niederlage nicht wahrhaben. Er verabschiedet sich zum Golfspielen und lässt seine Anwälte sprechen. Sie zweifeln die Wahl an. Am Montag werden wir Klagen einreichen. Trump klammert sich mit letzter Kraft an seine Präsidentschaft, die ein gespaltenes Land hinterlässt. Die internationale Politik sieht neue Chancen für die Beziehungen zu den USA. Außenminister Heiko Maas ist vor allem erleichtert darüber, dass da jemand zum Präsidenten gewählt wurde, der auch in den letzten 48 Stunden schon dadurch aufgefallen ist, dass er sehr, sehr verantwortlich ist, dass er ein Land wieder zusammenführen will, dass er einen Blick hat auf die großen Probleme dieser Welt. Gratulationen aus dem Ausland, Freuden feiern in vielen US-Städten. Für viele Amerikaner überwiegt die Erleichterung und die Hoffnung auf einen Neuanfang. Ja, für viele Amerikaner überwiegt die Erleichterung. Deshalb möchte ich auch erst mal etwas emotional in diese Runde hier einsteigen. Frau Benhold, vielleicht die erste Frage an Sie. Wie ist denn Ihre Gefühlslage seit gestern Abend? Also ich muss sagen, als der Call kam, aus New York kam und auf unserer Webseite zum ersten Mal wirklich nach diesen Zitterstunden bekannt gegeben wurde, dass Präsident Biden jetzt gewonnen hat, da sind wir tatsächlich zu den Kindern gerannt. Ich habe drei zu Hause sitzen, die sind im Alter von vier, elf und neun. Und haben ihnen gesagt, dass damit wirklich ihnen was geschenkt wurde. Zunächst wurde uns als der Elterngeneration Zeit geschenkt, der liberalen Demokratie generell in der Welt Zeit geschenkt. Aber das Zweite, was man vielleicht noch sagen muss, ich habe zwei Töchter in diesen drei Kindern. Kamala Harris ist wirklich ein historisches Ereignis, was nicht untergehen darf in erst mal den großen News, das jetzt Joe Biden Präsident Trump besiegt hat. Kamala Harris ist eine Frau, sie ist halb innerin, halb schwarze. Ihr Vater kommt aus Jamaika und es ist wirklich das Beste Amerikas, was in dieser Frau vereint ist. Und eine Geschichte, die inspiriert auch über Amerika hinaus. Das habe ich meinen Töchtern, also die Rede von Kamala Harris, habe ich meinen Töchtern heute am Frühstückstisch noch mal nacherzählt. Und dieser Satz, ich bin die erste Frau in diesem Amt, aber ich werde sicher nicht die letzte sein, hat einem dann doch so ein bisschen Gänsehaut gegeben. Ja, danke, Frau Benold. Man merkt die Gefühle Ihnen an. Meine Kinder haben heute Morgen auch genau das geguckt. Ich denke, es ist tatsächlich auch ein wichtiger Moment. Aber Herr Richter, Sie haben ja jahrzehntelang in Amerika gelebt. Wie empfinden Sie jetzt die Gefühlslage und was kommt da jetzt auch noch in den nächsten Wochen? Wunderbar und zwiegespalten. Ich glaube, es hat nie so viele Sekt- oder Champagnerfotos in unseren sozialen Netzwerken gegeben wie letzte Nacht. Ich glaube, die französische Champagner und die deutsche Sektindustrie müssen sich sehr freuen an dem, was da passiert ist. Ich glaube auch, dass es eine große Chance ist, weil Joe Biden eigentlich der richtige Mensch ist, um diese Nation zu heilen. Das ist in seinem Fall kein Spruch. Aber ich erinnere mich eben auch, wie schon Bush Junior im Jahre 2000 genau dieselben Sprüche abgelassen hat. Und er das dann gar nicht gemeint hat. Trump hat das von Anfang an anders gesehen. Biden sagt jetzt wieder, man kann nur hoffen, dass das so ausgeht. Und wie Kathrin Benholdt gesagt hat oder angedeutet hat, im Prinzip hat die Zivilisation der westlichen Welt jetzt eine große zweite Chance bekommen. Weil wir hängen noch immer als Europäer und alle anderen viel zu sehr am Topf der Amerikaner. Und ein Amerika, was auf globale Integration, auf Modernisierung, auf Reform, auf Werte von Gerechtigkeit und sonst was hinstrebt, ist das, was wir brauchen, weil wir alle ansonsten ein bisschen zu schwachbrüstig sind, um das selber auf die Beine zu stellen. Und gemeinsam kriegen wir das gut. Genau das werden wir auch später ja noch besprechen. Vielleicht auch noch an Sie, Herr Pleitgen, die Frage, Ihre Gefühlsverfassung. Und was ist denn jetzt für Joe Biden in den nächsten Wochen erst mal das Wichtigste? Welche Fehler darf er auf gar keinen Fall machen? Also erst mal freue ich mich, dass unsere ganzen Kinder jetzt auf einmal Politik interessiert. Über meine Kinder war es genau das Gleiche. Die haben die ganze Zeit immer auch die Ergebnisse verfolgt und waren da auch komplett hinterher, haben alle möglichen Updates sich da angeschaut. Ich muss auch sagen, ich stimme Frau Benhold zu. Ich glaube, das größte an der Wahl ist Kamala Harris, dass sie jetzt die Vizepräsidentin ist. Zum ersten Mal eine Frau, zum ersten Mal jemand mit jamaikanischen, indischen Wurzeln. Das ist natürlich schon ganz toll für dieses Land. Andererseits muss ich auch sagen, ich war in, bin ja auch nicht mehr der Jüngste, und war in meiner Geschichte schon in vielen Ländern, wo Menschen nach Umstürzen, nach Regierungswechseln auf den Straßen getanzt haben. Und erst im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass die gesamten Spaltungen, die Herr Richter ja auch angesprochen hat, dass die immer noch da sind und dass die bewältigt werden müssen. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass Joe Biden hat die meisten Stimmen jemals für den Kandidaten in der Geschichte der Vereinigten Staaten bekommen. Aber Donald Trump ist gar nicht so weit hinterher. Also der hat um die 70 Millionen. Das heißt, es gibt da sehr viele Leute, die jetzt natürlich sehr enttäuscht sind. Und viele von denen haben auch den Glauben an die große Politik in den USA verloren. Das wird eine der Hauptaufgaben sein, die wieder ins Boot zu holen. Und eine Sache, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist, und die wir uns auch immer vor Augen führen müssen, ist, dass Joe Biden natürlich in erster Linie wichtig für uns ist, aber der amerikanische Präsident ist. Und da muss er auch innerhalb seines Lagers, innerhalb der Demokraten wieder die Leute zusammenführen. Weil wir müssen uns auch erinnern, dass anfangs Bernie Sanders aussah wie der Kandidat, aber der dann schon in einem harten Kampf da quasi aus dem Weg geräumt wurde. Und da gibt es natürlich auch Leute bei den, vor allem im linken Flügel der Demokraten, die jetzt auch von Joe Biden sehr viel erwarten, was er dann wieder in diesen gesamten Topf bringen muss, um alle glücklich zu machen. Auch darauf werden wir gleich noch gucken. Wir sind ja noch in der ersten Runde. Ich merke aber, alle haben so viel zu sagen. Das können wir ja auch verstehen. Christiane Mayer, Sie sind vor zwölf Stunden gerade aus Pennsylvania zurückgekommen nach New York, ganz frisch. Welche Eindrücke haben Sie denn von dort mitgebracht? Na ja, es war schon interessant. Nach diesem Krimi, diesem Wahlkrimi sozusagen, standen wir genau in der Mitte zwischen Republikanern, die sich da versammelt hatten, und Biden-Supportern, die vor allen Dingen auch darauf bestanden haben, dass jede Stimme gezählt wird. Und die Reaktionen waren im ersten Moment fast schon so ein bisschen verhalten, als könnte man es gar nicht glauben. Und dann natürlich so, wie man es überall gesehen hat, sehr fröhlich, sehr freundlich, sehr zugewandt. Und die Trump-Supporter waren ausgesprochen geknickt, aber in keiner Weise aggressiv. Also natürlich gab es so ein bisschen hin und her Provokationen, aber nichts Schlimmes. Und das ist eigentlich ein Eindruck, den ich auch mitgenommen habe, entgegen vieler Berichterstattungen, dass viele der Trump-Supporter, mit denen ich gesprochen habe, normale Leute halt, und nicht Leute, die von der Kampagne geschickt worden sind, oder Anwälte gar, dass die eigentlich den Prozess akzeptiert haben, diesen demokratischen Prozess. Und damit eben auch die Niederlage. Und ich finde, dass das, das ist auch mein überwiegendes Gefühl gewesen, so eine große Chance bietet, dass man vielleicht doch einen friedlichen, nicht nur Übergang hinbekommt, sondern dass man diese Nationen vielleicht auf einen anderen Weg bringen kann. Ich würde nicht sagen, dass man sie heilen kann, wie das hier viele behaupten. Ich denke, man könnte zumindest ein wenig diese Aggressionen daraus nehmen und das Gespräch wiederherstellen. Und diese Bereitschaft gibt es bei allen Ängsten, aller Wut, aller Enttäuschung, auch auf der anderen Seite. Ja, Frau Mayer, interessanter Punkt. Wie viele vernünftige, in Anführungszeichen, Republikaner gibt es, die jetzt tatsächlich akzeptieren, was passiert ist und auch konstruktiv in die Zukunft blicken wollen. Aber wir haben ja noch den Präsidenten, der sich bislang weigert, seine Niederlage anzuerkennen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne zwei Nutzer hier beteiligen. Harry Nierboer hat im Gästebuch geschrieben, zu befürchten ist eine Klagewelle, die am 20. Januar 2021, also das ist der Tag, wo eigentlich die Inauguration stattfindet und der amerikanische Präsident der Neue seine Amtsgeschäfte aufnimmt. Also diese Klagewelle, wie geht es dann eigentlich weiter? Das ist ja eine Frage, die wir uns alle stellen. Und Wolfgang Schmitz hat im Gästebuch geschrieben, welchen Schaden kann Donald Trump noch bis zur Amtsübergabe anrichten? Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was wir uns alle auch so ein bisschen fragen. Herr Richter. Die Prozesse werden schwer, denn es wird wenig Hinweise geben, dass irgendwelcher Wahlbetrug geschehen ist. Ich glaube, das Einzige, was realistisch ist, was auch schon angekündigt ist, dass in Georgia nachgezählt wird und da dort auch noch ein paar Military Votes reinkommen, kann es sein, dass Joe Biden den Staat vielleicht am Ende noch verliert. Ansonsten ist das, glaube ich, einfach pure leere Hoffnung nach dem Motto, dass jede Stimme, die für einen Demokraten abgegeben wurde, eine ungültige Stimme ist. Das ist so ein bisschen die Meinung von Rudi Giuliani, seinem Anwalt und auch von Donald Trump. Donald Trump kann viel versuchen, das geht ein bisschen zu Spekulationen, dass er noch Pence in letzter Minute einsetzt, um sich dann von Pence exkulpieren zu lassen, dass er dann also keine strafrechtliche Verfolgung bekommt, wenn er aus dem Amt heraus ist. Wen möchte er einsetzen? Den Vizepräsidenten Pence. Ach so, Entschuldigung. Damit er dann einen Pardon bekommt. Es gibt wildeste Spekulationen und er ist jetzt schon dabei, zu versuchen, nochmal die Behörden mit neuen Leitern einzusetzen und so weiter. Aber ich glaube, da müssen sich an der Stelle eben die Republikaner eine entscheidende Frage stellen. Es ist den meisten doch schon klar, dass Trump der ehemalige Präsident ist und es gibt jetzt einen neuen King in Town von den Republikanern und das ist der Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell und ich glaube, der hat andere Pläne als Trump durchdrehen zu lassen. Frau Benholdt, ist das auch so Ihre Einschätzung, dass möglicherweise die vernünftigen Republikaner doch die Oberhand gewinnen könnten jetzt? Naja, Mitch McConnell eine vernünftige Republikaner ist das. Genau, das hätte ich auch nicht angedeutet. Genau, das hätte ich auch nicht angedeutet. Also beschönigen wir Beschreibung. Ja, also ich stimme Herrn Richter völlig überein damit, dass ich glaube, die Klagen werden im Endeffekt nicht erfolgreich sein. Nachzählungen werden das Ganze noch ein bisschen hinziehen. Im Endeffekt ist Mr. Trump am 20. Januar nicht mehr Präsident. Davon gehe ich fest aus. Ich glaube, das Wichtigste an dieser Stelle ist einfach, dass man ein bisschen guckt, wie das Trump-Camp jetzt sozusagen nach vorne geht. Viele Leute reden von einem Trumpismus. Man muss sich die Frage stellen, ob es einen Trumpismus ohne Trump gibt überhaupt. Ich meine, bei Trump ging es oft um Trump selbst und um seine Familie. Und wenn Trump weg ist und vielleicht auf Twitter auch nicht mehr so viel Airtime kriegt, dann könnte ich mir vorstellen, ist der Trumpismus auch wirklich nicht mehr so mächtig wie vorher. Andererseits hängt natürlich der Schatten über diesen kommenden vier Jahren, dass 69 Millionen Amerikaner womöglich glauben, dass ihnen die Wahl gestorben wurde. Und da kommen wir eigentlich wieder darauf zurück, dass dies nicht nur eine Schicksalswahl war, sondern dass das auch eine Schicksalswahlperiode wird, womöglich. Weil wenn jetzt nichts wirklich Transformatives passiert, so kann man es glaube ich ausdrücken, in Amerika selbst, dass es außerhalb von Amerika passiert, davon kann man fest ausgehen, weil da hat der Präsident einfach nur ganz Menge Freiheit. Aber innerhalb von Amerika selbst, dann muss man unter Umständen befürchten, dass wir in vier Jahren wieder zittern müssen. Und das gilt es eigentlich jetzt für viele Demokraten zu verhindern, dass jemand wie Trump oder womöglich jemand, der noch schlimmer ist als Trump, also jemand, der wirklich die Grundfesten der Demokratie in Frage stellt, in vier Jahren wieder eine Chance hat. Sie haben ja gerade gesagt, es steht zu befürchten, wie viele der 70 Millionen Trump-Mähler haben jetzt Angst, dass ihnen die Wahl gestohlen wird. Vielleicht zu Frau Mayer, die da gerade auf meinen vernünftigen Republikaner reagiert hat, damit meinte ich nicht Mitch McConnell. Aber das ist ja jetzt so die Frage, wie viele der Trump-Fans sind bereit, sich wieder auf die Spielregeln der Demokratie einzulassen. Wie vielschichtig ist eigentlich diese republikanische Wählerschaft und wo kann Joe Biden diese Menschen auch abholen? Also wo er sie abholen kann, das ist mal ziemlich klar, nämlich da, wo sie Nöte haben. Viele der republikanischen Wähler, jedenfalls auch solche, die ich getroffen habe, fürchten sich davor völlig irrationalerweise, dass ihre Steuern, weil sie wenig verdienen, ihre Steuern angehoben werden. Also das sind Dinge, die hängen geblieben sind von der Propaganda, die auch aus verschiedenen Seiten, auch von Fox News verbreitet wurde. Und wo man sie abholen muss, ist, dass man ihnen die Angst nimmt. Ich habe immer das Gefühl, dass ganz viele dieser Reaktionen aus Angst geschehen. Angst vor dem Verlust der eigenen Existenz, Angst vor dem Verlust von Geld. Und man kann, sollte und muss sie da abholen. Die zweite Sache ist natürlich, was vorweg geht, ist die Legitimierung der Wahl. Das heißt, man muss tatsächlich wirklich diese Stimmen zählen, muss diese ganzen Klagen ernst nehmen, so absurd sie auch sein mögen, muss das zu Ende durchziehen, muss das in Ruhe und Gelassenheit tun, so wie es in Pennsylvania auch die ganze Zeit geschehen ist. Und dann hat man sicherlich auch eine andere Akzeptanz und kann sich dann dem politischen Geschehen wieder zuwenden und mal seine Hausaufgaben machen. Das haben die Demokraten nämlich auch nicht immer gemacht. Und sich den Leuten zuwenden, an die sie eigentlich immer gedacht haben, angeblich die Arbeiter und die Leute, die irgendwo an dem Ende der Gesellschaft sind, wo es nicht so leicht ist, zu überleben. Vielen Dank. Vielleicht Herr Pleitgen noch mal die Frage. Joe Biden hat sich ja immer drauf berufen, er will die Wunden heilen. Wir sind nicht so richtig sicher, ob das der richtige Ausdruck ist. Aber welche Trümpfe hat denn Joe Biden auch aufgrund seiner persönlichen Geschichte? Und wie kann er es irgendwie schaffen, von Donald Trump die Amtsgeschäfte übergeben zu bekommen? Also auch das ist ja eigentlich üblich, aber das sieht ja nicht so aus. Ja, da bin ich ganz mit Frau Benhold. Ich glaube, das wird irgendwann passieren. Das ist, ob der jetzt einen netten Brief schreibt und sich da so einfach verabschiedet oder nicht. Ich glaube, bin auch fest davon überzeugt, dass am 21. Januar Joe Biden der nächste Präsident sein wird und dann erst mal wahrscheinlich mit einem Weißen Haus und einer Administration klarkommen muss, wo nicht besonders viel für ihn hinterlassen wurde. Das hat, glaube ich, die Obama-Administration damals auch schon gesagt, dass da schon viel noch im Argen lag, als sie das Weiße Haus übernommen wurden. Das ist einfach auch Arbeit, mit der Joe Biden ja auch jetzt schon anfängt. Er hatte, glaube ich, gestern Abend oder heute Morgen schon sein Coronavirus-Task-Force einberufen, die dann versuchen wollen, diese riesige Krise in Amerika auch schon irgendwie zu bewältigen. Ich glaube, dass Joe Biden es möglicherweise schwer haben wird. Also ich bin nicht der Meinung, dass Donald Trump einfach so in der Versenkung verschwinden wird und weniger auf Twitter sein wird. Weil wenn ich jetzt die Republikaner werde oder wenn man die Republikaner ist und man fragt sich, gut, bin ich jetzt hier mit dem Trump untergegangen oder war das eigentlich richtig, was wir gemacht haben, uns an Trump zu heften? Die haben ja bei der Wahl die Partei gar nicht so schlecht abgeschnitten. Die haben im Repräsentantenhaus mehr Repräsentanten als vorher. Die werden höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie jetzt im Moment die Auszeichnung ist, den Senat auch behalten. Und das zeigt, dass das Ganze ja schon gewisse Resonanzen hat. Also es scheint mir fast so, dass Donald Trump persönlich abgestraft wurde, wahrscheinlich größtenteils auch wegen seiner Coronavirus-Politik. Weil ich meine, wenn da 230.000 Leute sterben, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber dass die Partei eigentlich nach dieser Wahl besser dasteht, als viele gedacht hätten. Es hat mir viele Leute gedacht, es würde einen Erdrutschsieg für die Demokraten geben. Und ob das jetzt als Signal verstanden wird, wir müssen jetzt mit dem Biden irgendwie zusammenarbeiten, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also es könnte für Joe Biden sehr schwierig werden, aber gleichzeitig bin ich schon der Meinung, wenn es jemanden gibt, zurzeit, der das irgendwie hinkriegen kann, dann ist es wahrscheinlich Joe Biden, weil er so lange schon in Washington ist, weil er so viele Kompromisse auch schon geschmiedet hat in seiner langen Zeit als Senator in Washington, dass dadurch, und weil er ja auch einen gewissen, auch bei vielen von diesen Stereotypen Trump-Wählern, Männer mittleren Alters, da auch einigermaßen ankommt. Also wenn es jemanden gibt, dann Joe Biden, aber es wird, glaube ich, sehr schwierig. Und also von Donald Trump kann ich eins mit fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, der wird nicht leise werden. Das ist sicherlich richtig. Sie haben gerade den Senat angesprochen. Tatsächlich haben wir da aktuell die Situation, es steht 48 zu 48. Es gibt ja insgesamt 100 Sitze. Noch nicht entschieden sind Alaska und North Carolina, wo es danach aussieht, dass die Republikaner diese Sitze bekommen könnten und die zwei verbleibenden Georgia-Sitze werden erst in einer Stichwahl im Januar entschieden. Möglicherweise gehen die dann an die Republikaner, dann ist sowieso die Mehrheit im Senat so wie sie ist. Wenn sie an die Demokraten gingen, gäbe es einen Patt im Senat. Also es ist alles noch völlig unklar, ob sich der Präsident überhaupt auf eine Mehrheit in der gesetzgebenden Kammer stützen kann, um diese großen Themen anzugehen. Wie wird er das überhaupt dann in Angriff nehmen können, Herr Richter? Also das tollste Szenario ist, wenn in Georgia die Demokraten die Sitze gewinnen würden, was eher unwahrscheinlich ist, dann würde Kamala Harris nirgendwo in der Welt herumreisen, sondern sie würde mehr Zeit im Senat, und zwar im Präsidentensessel des Senates verbringen, als sie das als Senatorin jemals in dem Haus getan hat. Sie wäre unabkömmlich. Weil sie dann die Stichstimme hat. Weil sie als Präsident pro Tem dann die Stichstimme hat. Aber ich habe ja vorhin schon mit Schmitt-Connel erwähnt und wie Fred Plyton gesagt hat, Joe Biden ist der ideale Mann, eigentlich jetzt die Nation zusammenzuführen. Er hat unter Demokraten immer den Ruf gehabt, halbseidene Kompromisse, die zu weit gehen mit den Republikanern zu machen. Das sollte eigentlich passen. Aber man kann eben als Demokrat die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Und der Wirt inzwischen ist Mitch McConnell, der sich sehr gegen Trump stellen wird, obwohl Trump sehr viel, die gesamten Teile der Partei, bis in die lokalen Parteigliederungen sind alle von Trump-Leuten inzwischen besetzt. Und die Leute verschwinden jetzt nicht mit der Wahl. Und Ivanka Trump ist immer noch in der Hinterhand für 2024. Und ich glaube, Trump wird die Inauguration von Joe Biden live tweeten mit lauter Hasskommentaren, wäre meine Vorhersage. Aber Mitch McConnell stellt sich eine ganz einfache Frage. Wie kann ich verhindern, dass Joe Biden irgendetwas erreicht? Joe Biden glaubt, Mitch und ich kennen uns lange aus dem Senat. Das ist eigentlich auch der Usus, dass man dann miteinander arbeitet. Aber ich glaube, Mitch McConnell hat ein ganz anderes Kalkül. Dem geht es nur darum, nach dem Prinzip verwandte Erde, was er auch schon unter Obama praktiziert hat, wo er gesagt hat, meine Aufgabe ist es, den Mann zu stoppen. Wenn es ihm jetzt gelingt, Joe Biden zu stoppen, dann hat er erstens den Vorteil, dass er sagen kann, ich bin ja kein Rassist. Ich mache das nicht nur gegen schwarze Präsidenten, sondern auch gegen weiße. Aber noch mehr. Wir haben ja gesehen, trotz der 70 Millionen Wähler der Republikaner, die Tendenz wird wahrscheinlich sein, aufgrund demografischem Wandel und so weiter, dass die Republikaner im Prinzip eine Minoritätspartei sind. Die erreichen nie die Mehrheit der Wählerstimmen im Lande. Sie brauchen Sonderinstrumente wie Wahlmänner und so weiter, um da voranzukommen. Mitch McConnell wird es darauf anlegen, die demokratische Partei spalten zu wollen. Und wenn man das Argument, was Fred vorhin eingeführt hat, weiterführt, dann kommt man dazu, dass es einen progressiven Sanders-Wing gibt, viele junge Leute, viele farbige Demokraten und den eher konservativen Establishment-Clinton-Wing. Und ich glaube, dass Mitch McConnell hingehen wird im Senat und die wenigen Kompromisse, die er Biden anbieten wird, werden so sehr auf republikanischer Seite sein, dass wenn Biden im Interesse des Healing der Nationen, der Vereinigung der Nationen darauf eingeht, dass der, das ist ja kein linker Flügel, das sind ja noch nicht mal Sozialdemokraten, die da als progressiv beschrieben werden. Das sind fortschrittliche CDUler in vielen Fällen, dass die dann abspringen werden. Und das ist die Chance und die Hoffnung der Republikaner, die rein nach dem Prinzip der verbrannten Erde seit Ronald Reagan operieren, um die demokratische Partei zu spalten. Denn dann haben die Republikaner langfristig eine gute Chance. Also Sie haben jetzt gerade, glaube ich, sehr gut das strategisch schwierige Szenario geschildert, was es da bedeutet, abzudecken. Denn wenn Joe Biden wirklich für die Mitte da sein will, läuft der Gefahr, seine linke Parteibasis zu verlieren. Bei den Demokraten, wie das alles kommen wird, werden wir sehen. Das ist ja jetzt alles noch Zukunftsmusik. Ich möchte jetzt gern den Blick ein bisschen auf uns richten und vielleicht draufschauen, Frau Bennold, es ist ja so, wenn man den Umfragen glaubt, also drei Viertel der Amerikaner haben eigentlich ein positives Bild, wenn sie auf Deutschland blicken. Aber wenn die Deutschen auf Amerika blicken, das ist desaströs im Moment. Welche Chancen gibt es denn mit Joe Biden tatsächlich auch dieses deutsch-amerikanische, transatlantische Verhältnis jetzt wieder zu verbessern? Ich glaube, diese Transformation ist sozusagen bereits vollzogen. Also es ist unglaublich, was man sozusagen an Zelebrationen aus allen möglichen Hauptstädten in Europa hört. Es gibt natürlich die, die sich wahrscheinlich insgeheim ein bisschen die Wunden lecken, ein Boris Johnson, ein Viktor Orban von Putin und Bolsonaro etc. gar nicht zu sprechen. Aber dass sozusagen die westlich-liberalen Demokratien jetzt wieder und auch die Leute, sozusagen die Wähler in diesen Demokratien, Amerika jetzt wieder lieben können, das ist das, was schon passiert ist. Und das ist eigentlich das, was jetzt schon zumindest vorerst, bevor wir sozusagen diese vier Jahre durchlebt haben, Geschichte gemacht hat. Also ich meine, wir waren ja wirklich an einem Punkt angekommen, wo die Mutter der Demokratien, die wichtigste der liberalen Demokratien in dieser Gemeinschaft von Demokratien auf der Welt auf einen Abweg geraten war. Und das hat sich mit Joe Biden eigentlich sofort geändert. Ich meine, ich bin, ich gehe fest davon aus, dass er sich mit den Europäern versöhnen wird. Ich gehe fest davon aus, dass sozusagen gewisse Policy Pivots bestehen bleiben, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Ich meine, dass China nach wie vor der strategische Rivale ist und dass man damit den Blick weiter nach Asien mehr vielleicht lenkt als nach Europa, davon gehe ich auch aus. Das ist auch etwas, was nicht von Trump kommt, sondern schon unter Obama passiert ist. Aber so gewisse existenzielle Geschichten, dass man zum Beispiel sich Sorgen machen müsste um das Überleben der NATO unter Trump, das ist jetzt erst mal weg. Und damit kann man jetzt sozusagen konstruktiv an den Problemen arbeiten, die uns alle als westliche Demokratien beschäftigen. Gerade Klimawandel, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist sozusagen jetzt fünf vor Mitternacht. Genau, wir kommen noch auf die einzelnen konkreten politischen Punkte. Jetzt erst mal für die emotionale Grundstimmung, Frau Mayer. Wir haben es ja gerade gehört, es gibt jetzt wieder eine Basis, auf der man sich annähern kann. Wo werden Deutsche und Amerikaner wieder zusammenkommen und wo werden sie aber auch einfach sehr unterschiedlich bleiben aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer Historie? Und weil möglicherweise Make America Great Again doch eben in vielen Köpfen auch jetzt einfach verfangen hat. Übrigens auch im Kopf von Joe Biden, der nämlich auch gesagt hat, America first, das darf man auch nicht vergessen, das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf die Wirtschaft und darauf, dass er möchte, dass auch wieder amerikanische Güter gekauft werden. Also es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass hier sofort eine große Liebe wieder entstehen wird. Es wird schon so sein, dass Amerika sich auch abgrenzt. Aber auf der anderen Seite ist eben die Zusammenarbeit und Joe Biden hat ja gelobt, dass er Multilateralismus wieder für sich neu oder für das Land wieder neu entdecken wird, dass er zusammenarbeiten will mit allen Ländern, die dazu bereit sind und das wird sicherlich große Auswirkungen haben, vor allen Dingen bei den großen Themen. Das geht von Covid über Klimawandel zu WHO. All diese Themen sind auf einmal wieder auf dem Tisch. Vielleicht auch das Einreiseverbot, das soll auch zurückgenommen werden, nicht nur für Europäer, sondern auch für andere. All diese Dinge werden natürlich die Stimmung verändern, sodass man überhaupt erst mal anfangen kann, wieder zusammenzuarbeiten. Aber natürlich, Joe Biden ist der amerikanische Präsident, wurde ja auch schon gesagt. Der kümmert sich um sein eigenes Land und da gibt es vielleicht für die einen oder anderen Europäer auch ein kleines Erwachen, dass er nicht unser Präsident ist, sondern der eines anderen Landes, dass er für sich durchaus als Nummer eins sieht. Und was heißt das? Wobei, um ganz kurz einspringen, ich gebe Ihnen recht, dass es natürlich jetzt Arbeit zu tun gibt, aber was ich wichtig finde, ist zu sagen, dass einfach Amerika auch Europa braucht. Und ich glaube, einerseits weiß Europa natürlich, dass Biden das Interesse von Amerika erst mal im Kopf hat, aber dass dieses Interesse von Amerika eben auch auf eine internationale Zusammenarbeit beruht. Und da ist eigentlich die Chance meiner Meinung, weil ich meine, Amerika hat an Macht verloren, hat an Softpower sowieso, an weicher Macht verloren, an Ansehen verloren, in den letzten nicht nur vier Jahren, sondern 20 Jahren. und wir sind jetzt an einem Punkt, glaube ich, wo einfach auch Amerika sich besinnt, dass es mit Europa zusammenarbeiten muss, wenn es ernsthaft große Herausforderungen wie China und Klimawandel angehen muss. Und damit ist Europa nicht mehr unbedingt die führende Macht, sondern eine unter mehreren Demokratien, die jetzt eine führende Stellung in dieser Gemeinschaft von Demokratien einnehmen muss. Sie haben es gerade gesagt, also genau, Amerika braucht auch wieder Europa. Witzig, Ich bin auch der Meinung, also das stimmt alles. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass wahrscheinlich kein Land auf der Erde mehr von dem Präsidenten Biden profitieren wird als Deutschland. Weil alles, wofür Donald Trump steht, war gegen eigentlich alles, das, was Deutschland, für das Deutschland steht und vor allem, was die Bundeskanzlerin steht. Weil das war ja so die Antifigur zu Donald Trump. Das ist jemand, der an Kompromisse, also Frau Merkel, der an Kompromisse glaubt, an Multilateralismus baut, an Zusammenarbeit glaubt, also alles das, an was Donald Trump nicht glaubt. Und man muss dann einfach mal durchgehen, welche Probleme wir, also Deutschland, mit der Trump-Administration hatte und was damit jetzt passieren wird. Da gab es ja die Drohung von Strafzöllen gegen die deutsche Autoindustrie. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das bestehen bleibt. Weil ich meine, die deutsche Autoindustrie hat ja einfach mal eben die Autoindustrie in den USA gerettet, eine ganze Zeit lang. Einen neuen Autocenter da aufgebaut. Die deutschen Autounternehmen sind ja quasi deutsch-amerikanische Unternehmen. Sie produzieren da. Sie produzieren da. Die haben einen großen Teil ihrer Produktionskette dahin verlagert. Sanktionen wegen Nord Stream 2. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter Joe Biden passieren wird. Die Amerikaner werden das nicht gerne sehen, dass das passiert. Aber so ein krasses Mittel wie Sanktionen kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Jetzt ist natürlich die große Frage, was macht jetzt die Bundesregierung, was macht jetzt Europa? Und da hat ja Heiko Maas schon angekündigt, dass man einen New Deal irgendwie machen will. Und da musste natürlich auch so ein bisschen Butter bei die Fische gegeben werden. Und die Amerikaner gucken natürlich vor allem, wie geriert sich Deutschland in der NATO? Wie sieht es mit Deutschlands Rüstungsausgaben aus? Wie sieht es mit Verantwortung übernehmen aus? Weil es gibt viele Sachen, auch wenn man sich umhört, ich bin relativ viel mit dem amerikanischen Militär unterwegs, auch in Europa und anderswo, die fragen sich schon, warum sind wir eigentlich immer ein vorderster Front und im Nachhinein machen die Deutschen die Geschäfte, obwohl sie sich nicht beteiligen. Das ist schon eine Frage, die viele Amerikaner auch sehr betrifft. Und dann ist natürlich die große Frage, Zusammenarbeit in Sachen China auch. Jetzt haben wir alle drei große Themen angerissen. Ich gehe noch mal auf das erste Thema Wirtschaft, Handelsbeziehungen, weil das ja einfach auch ein sehr wichtiges ist, wo wir jetzt alle abwarten, wie sich das entwickeln könnte. Mit Joe Biden als Präsident Roger Schmidt auf YouTube hat zum Beispiel die Frage gestellt, glauben Sie, dass der Demokratensieg eine globale signifikante Schwungwelle aus der Rezession heraus bewirken kann? Sie haben gerade angedeutet, was möglicherweise mit den Autostrafzöllen passieren könnte. Wie sehen Sie die Situation, Herr Richter? Das wäre wunderbar, aber selbst wenn Joe Biden einen triumphalen Wahlsieg errungen hätte, wäre das unwahrscheinlich aus den Gründen, die glaube ich auch Christiane Mayer gerade genannt hat und auch was Fred gesagt hat. Der entscheidende Punkt hier, und ich würde gerne auf diese wichtige Frage eingehen, was deutsche Amerikaner, was haben wir voneinander? Und mich hat, seitdem ich dort als junger Mann hingegangen bin, immer fasziniert, dass das, wo die Amerikaner drin gut sind, wir eigentlich schlecht sind in Deutschland, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und wo wir in Deutschland gut sind, sind die Amerikaner schlecht. Nehmen wir mal die ganze Frage, die Christiane vorhin aufgeworfen hat, dass sich viele Trump-Wähler abgehängt fühlen. Das sind meistens Männer, weiße, schwarze, Latinos, die nicht mal einen Highschool-Abschluss oder vielleicht gerade das haben. Damit verdient man in Amerika vielleicht 35.000 Dollar brutto. Davon kann man nicht leben bei den Mieten, die inzwischen die Telekommunikationskosten, alles ist dreimal so teuer wie bei uns, Krankenversicherung ganz zu schweigen. Die Amerikaner haben umgekehrt uns viel beizubringen, weil die deutsche Bundesregierung unter Merkel, Altmaier und Maas hat niemals eine so bequeme Zeit international gehabt wie unter Donald Trump. Weil ihnen automatisch zugesichert worden ist, ihr seid faktisch die Heiligen, die einzigen Vernünftigen, ohne dass Deutschland bei den strategischen Fragen, die Fred zum Beispiel eben rezitiert hat, irgendetwas getan hat. Der Tanz ist jetzt vorbei. Deutschland muss jetzt liefern. Joe Biden kennt Deutschland, seitdem er ein junger Senator war, ist sie auf Parlamentarier austauschen gewesen. Seine Leute, eine frühere Praktikantin von mir war, seine außenpolitische Beraterin, wird dann eine große Position in den USA haben. Die kennen Deutschland aus der Westentasche, die wissen, welche Knöpfe sie auch bei Heiko Maas und erst recht bei Angela Merkel zu drücken haben, damit Deutschland endlich mal Farbe bekennt. Denn Amerika wird sich sehr um sich selbst kümmern müssen und kann eben nicht wieder das wie Herkules, das Gewicht der Welt auf seinen Schultern steppen. Da muss Deutschland auch ran. Herr Richter, ich bleib mal bei dem schönen Bild, was Sie eben gemalt haben, wie sich Deutschland so ausgeruht hat. Wir sind also jetzt bei den militärischen Fragen. Frau Mayer, was glauben Sie denn, was wird da in Sachen Verteidigungsforderungen möglicherweise auch auf uns zukommen, auf Deutschland? Das wird ganz schlicht bei diesen zwei Prozent bleiben. Genau das, was eigentlich Donald Trump gefordert hat, wird wahrscheinlich auch Biden fordern. Sie werden fordern, dass Deutschland sich einbringt und zwar finanziell und auch sonst tun wir ja auch gewisserweise. Aber natürlich sollen diese zwei Prozent für die NATO bezahlt werden. Ich glaube nicht, dass man sich da rauswinden kann, mit welchen Argumenten auch immer. Und das muss einem schon klar sein, dass Joe Biden jetzt nicht ein deutscher Bundeskanzler ist, sondern der kümmert sich darum, dass er das Geld reinholt, dass er die Leute einbindet und dass Deutschland dann seine Rolle übernimmt und nicht nur die ökonomische, sondern auch die militärische, wie immer das aussehen mag. Und welche weiteren Knackpunkte sehen Sie für die zukünftigen politischen Felder, Frau Mayer? Also zunächst mal fällt es mir leichter, positiv zu denken, als Knackpunkte zu sehen. Das ist richtig, an diesem Tag auf jeden Fall. Genau, aber dazu wollte ich, ich wollte nur eins sagen zu diesen, zu der Hoffnung, dass die Wirtschaft sich wieder erholt. Was wir hier sehen in Amerika ist ja, dass die Wirtschaft durch Covid auch extrem deprimiert ist. Das heißt, solange man dieses Problem nicht löst und zwar nicht nur hier, sondern eben auch in Europa wird es sowieso nichts werden mit der großen Erholung der Wirtschaft und da sehe ich zum Beispiel eine Chance, dass man wirklich endlich mal wieder zu dem zurückkommt, was man früher mal Wahrheit genannt hat und das war auch ein Teil der Rede von Kamala Harris, dass wirklich endlich mal wieder Wissenschaft und Vernunft und Rationalität einziehen und praktisch jedes Thema, über das wir reden werden, wenn es auf dieser Basis dann geführt wird, wird auf jeden Fall einen großen Fortschritt bringen. Danke. Ich bringe noch mal unsere Nutzer, die uns zuhören und uns in den sozialen Medien sehen, ins Spiel. Augusta Bemberowa, ich weiß nicht, ob das der echte Name ist, hat auf YouTube gefragt, können die USA unter Biden ohne weiteres zurück in WHO und Pariser Abkommen? Geht das einfach so, wie es jetzt Joe Biden ja schon angekündigt hat oder ist das eher eine komplizierte Aufgabe, Frau Benholdt vielleicht? Das kann er machen, durchaus. Ich meine, die Frage ist, wenn er dann wieder Mitglied, wenn Amerika wieder Mitglied im Pariser Abkommen ist, wie viel Hebel hat er sozusagen im Senat dann Gesetze zu verabschieden, die diese sozusagen Gesetze, die den Klimawandel bekämpfen, konkret und unter Umständen auch die eigene Ölindustrie oder das Fracking und so weiter mit Arbeitsplätzen, die da ranhängen in Amerika selbst, wie viel sozusagen Hebel hat er, das dann umzusetzen, das ist die zweite Frage, aber dass er erstmal international sich wieder einbinden kann in diese multilateralen Organisationen, das ist eindeutig. Interessant finde ich, um das vielleicht nochmal hinzuzufügen, auf der internationalen Ebene auch eine Frage, wo es nicht so sehr um Restauration geht, also zu sagen, jetzt können wir wieder auf Ebene der NATO und der WHO und so weiter zusammenarbeiten, sondern dass man wirklich diese liberale Ordnung und die Marktwirtschaft, die Globalisierung, wie wir sie kennen sozusagen, dass man die wirklich in gewisser Hinsicht neu erfinden muss, das ist uns ja eigentlich schon lange klar, aber keiner hat es so richtig geschafft und die Frage ist jetzt, ob Joe Biden als jemand, der das sowohl intern in seinem Land als sozusagen links der Mitte, als Demokrat schaffen muss irgendwie, weil da einfach seine Wähler auf ihn zählen und auch seine Partei und international das aber dann auch umsetzen muss und damit ist eigentlich Biden für mich ein großes Experiment, was weit über die USA hinausgeht. Wir haben noch keinen Sozialdemokraten auch in Europa gesehen, der es geschafft hat, die Globalisierung, die Marktwirtschaft so umzudenken und so modern umzudenken in der digitalen Realität, in der wir uns befinden mit Automatisierung und so weiter, Arbeit neu durchzudenken, dass sie fairer wird, aber auch gleichzeitig ökologisch mit all den sozialen Spannungen, die da mit drin verbunden sind sozusagen, das haben wir noch nicht gesehen. Macron war jemand, der diese Hoffnung irgendwann mal aufgerufen hat und viel an Veränderungen versprochen hat, aber im Endeffekt war er nicht der transformative Präsident in Frankreich, den sich Sozialdemokraten erwartet haben. Die SPD in Deutschland hat da auf der Ebene auch bisher noch nicht geliefert mit Ideen. Joe Biden ist da jemand, der sicherlich in der Hinsicht auch beobachtet wird oder beobachtet werden sollte. Ja, sehr interessante Analyse des Biden-Experiments. Danke. Ich werfe noch mal eine Frage auf, die jetzt vielleicht nicht als erstes uns gekommen ist, aber Carsten Gierke auf Facebook hat gefragt, inwieweit kann die Wahl Bidens den Ausgang des Brexit beeinflussen? Eher gar nicht, weil ich glaube, die Amerikaner haben jetzt ein parlamentarisches Korrektiv oder ein Wahlkorrektiv. Die Briten haben sich da anders entschieden. Die Borniertheit von Boris Johnson geht weiter. Donald Trump wird wahrscheinlich viel Golf in Schottland und sonst wo spielen, um einen Seelenfreund zu haben. Aber die Briten hängen durch. Die letzte Chance, dass ihm da ein besonderer Deal angeboten würde, ist jetzt endgültig vorbei. Und die Briten sollten fundamental umdenken. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Themen angetitscht. Auch danke für die verschiedenen Blickwinkel auf das Thema. Vielleicht gehen wir in die Schlussrunde, damit wir auf jeden Fall alle noch mal Zeit haben, was zu sagen. Herr Pleitgen, also was werden wir Ihrer Meinung nach mit Biden gewinnen? Also wir haben ja schon großen Schritten nach vorne getan, aber was können wir wirklich von ihm erwarten? Und was wird einfach nie mehr wiederkehren, weil es durch die vergangenen Jahre und nicht nur durch Trump kaputt gemacht wurde? Ja, also ich glaube, gewonnen hat man erstmal einen ganz anderen Ton in internationalen Beziehungen. Vor allem auch einen ganz anderen Ton, transatlantischen Ton, würde ich sagen. Vor allem zwischen der Bundesregierung und den Vereinigten Staaten. Das Ganze wird wieder viel mehr auf Kompromisse basieren und die Unterhaltungen und die Verhandlungen, die da stattfinden, die werden meines Erachtens auch einfach erwachsener stattfinden, als das zum Beispiel mit Donald Trump wahrscheinlich möglich war. Also ich glaube, da wird relativ viel sich relativ schnell bewegen. Ich glaube, dass Frau Benholdt recht hat. Ich glaube, dass die Amerikaner durch die Wahl von Joe Biden, zumindest im Augen der Deutschen und der Europäer, einfach sich von ganz, ganz niedrig auf ganz, ganz hoch hochgeschossen sind. Also das wird, glaube ich, relativ schnell passieren. Die Zusammenarbeit wird wieder besser. Viele Drohungen werden weggehen. Aber gewisse Sachen werden natürlich nicht mehr so zurückkehren. Ich glaube, ein Weiter-So in der Weltwirtschaft wird es zunächst nicht geben. Ein Weiter-So zum Beispiel in der China-Politik wird es meines Erachtens auch nicht wieder geben. Und dann gibt es natürlich auch gewisse internationale Verträge, aus denen Donald Trump rausgegangen ist, die auch so nicht wiederkehren werden. Man nimmt da zum Beispiel das iranische Atomabkommen. Da sagt man ja auch so einfach, oh, ich will da wieder rein, dieses Atomabkommen. Da gehört aber der Iran zum Beispiel auch zu. Und die haben da, vor allem die Hardliner in Teheran, die haben da auch keine Lust mehr drauf, weil die gesagt haben, hier, wir haben das ausgehandelt über Jahre hinweg und ihr seid ja beim nächsten Präsidenten einfach wieder rausgegangen. Warum sollen wir jemals wieder irgendwelche seriösen Verhandlungen mit euch machen? Und das könnte natürlich bei vielen Sachen der Fall sein. Also da muss Joe Biden natürlich auch einen gewissen viel Arbeit machen. Aber ich glaube, gewisse Sachen werden sich einfach im internationalen Ton ändern. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auf globaler Ebene wird es erst mal eine Aufbruchstimmung geben. Aufbruchstimmung, Frau Mayer, haben wir ja jetzt schon beschrieben, dass die Basis erst mal wieder da ist. Was wird jetzt besser und was ist unwiderruflich weg und wird nicht mehr kommen? Also Amerika hat sich in gewisser Weise rehabilitiert, das stimmt. Aber was nicht mehr wiederkommen wird, ist, glaube ich, die unbefangene Naivität, mit der man das Land gesehen hat. Es gibt, und das muss man immer wieder sagen, 70 Millionen Trump-Wähler. Die sind nicht weg, die sind da, die prägen das Land. Die werden das auch in den nächsten vier Jahren, werden die sich zu Wort melden, laut. Und das wird auch Resonanz finden in Europa. Das wissen wir auch bei allen möglichen autokratisch orientierten Regierungschefs und auch bei Menschen. Und deshalb wird es, genau so sehe ich das auch, nicht wieder sein wie vorher. Aber es gibt ja halt große Chancen dadurch, dass man eine Gesprächsebene wieder hat und dass man wieder freundlich miteinander umgeht und alliiert wieder Alliierte sind und Diktatoren nicht umschmeichelt und gehegt und gepflegt werden. All das wird dazu beitragen, dass die Welt möglicherweise auf eine andere Gesprächsebene zurückfindet. Ja, das sind schon mal sehr viele positive Punkte. Danke, Frau Mayer. Herr Richter, auch an Sie die Schlussfrage. Ich glaube, das wichtigste internationale Thema bezieht sich auf die 70 Millionen Amerikaner, die fundamental ignorant sind, muss man leider sagen. Die haben 11 Prozent, glauben, dass Klimawandel ein wichtiges Thema ist. Gerade über 20 glauben, dass Corona ein wichtiges Thema ist. Die glauben meistenteils, weil ein Milliardär viel lügt. Wenn man dem zustimmt, wird man auch reich. Da gibt es, da zeigt sich die Schwäche der öffentlichen Bildung in den USA. Und ich glaube, wir werden bezüglich dessen, was Katrin gesagt hat, sehr davon abhängen, dass die Amerikaner ein bisschen mehr nachdenken über das, wo sie als Gesellschaft und als Individuen hinkommen und nicht angstgesteuert sind. Denn sonst haben wir große Probleme in der Welt. Und Frau Benold noch, das letzte Wort, bitte. Also eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, was sofort passiert und passieren wird, ist, dass Rechtspopulisten auf der ganzen Welt jetzt nicht mehr ihre Legitimation aus dem Weißen Haus beziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat hier Trump-Bilder bei den Reichsbürgern auf der Straße Deutschlands gesehen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Danke. Mal ganz abgesehen von den Regierungen, den rechtspopulistischen Regierungen, die natürlich auch sich mit ihm verbündet hatten. Danke, Danke, Frau Benold. Sorry, wir sind leider am Ende dieser Sendung ankommen. Ich muss sie leider an der Stelle kurz abwürgen. Aber wir haben, glaube ich, die ganzen Facetten dieses Themas abgedeckt mit meinen vier engagierten Diskussionspartnern hier. Vielen Dank dafür. Im Ersten geht es weiter mit dem Europa-Magazin und auf phoenix und WDR 5. Wenn Sie möchten, mit Presseclub nachgefragt, dann können Sie sich auch selbst persönlich zu Wort melden. Vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Und Tschüss. Und da sind wir wieder auf WDR 5 und phoenix mit Presseclub nachgefragt. Unser Thema immer noch Zittersieg für beiden. Was kommt nach der US-Wahl? Unser Presseclub heute. Wir haben schon angeregt diskutiert an dieser Stelle. Und ich würde als erstes jetzt eine Frage an Ingrid Bergen nach Rostock stellen. Guten Tag, Frau Bergen. Und Ihre Frage, bitte. Guten Tag an die Runde. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wird Kamilla Herrsen die Führungsrolle übernehmen, da Joe Biden ja nur ein Alter erreicht hat, wo man nicht mehr so erwarten kann, dass er 12 Stunden, 12, 15 und darüber hinaus Stunden arbeiten kann? Also eine ganz klare, einfache Frage. Welche Rolle wird Kamilla Harris spielen? Und wann wird sie möglicherweise innerhalb der vier Jahre übernehmen? Wer möchte da als erstes darauf antworten? Frau Mayer? Also der Joe Biden ist ziemlich zäh und fit und daran arbeitet er auch. Natürlich ist Kamilla Harris als Vizepräsidentin in der Position, dass sie übernehmen kann. Im Augenblick würde ich das nicht so sehen. Ich glaube, die beiden sind ein Team, ein Team, was eben auch die beiden Flügel der Partei ganz gut abdeckt. Und wenn die beiden gut zusammenarbeiten, wenn das funktioniert, dann muss er vielleicht auch nicht zwölf Stunden arbeiten. Dann kann sie auch was übernehmen. Ja, vielleicht werden sich die beiden auch einfach sehr stark als Team aufstellen. So haben sie sich ja auch letzte Nacht schon präsentiert und auch während des Wahlkampfs. Danke für diese Frage. Wir gehen jetzt zu Frank Knuth nach Berlin. Guten Tag und Ihre Frage bitte. Ja, schönen guten Tag. Meine Frage ganz kurz ist, ist die Erwartung, die man in beiden stellt, nicht eigentlich schon wieder viel zu groß? Ich möchte das vergleichen mit dem Vorgänger Obama. Als Bush weggegangen ist oder gehen musste, waren viele froh und haben in Obama unheimlich viele Erwartungen erklimmt. Die konnte er gar nicht erfüllen, weil eben bestimmte Gesetze so oder weiter nicht geändert werden können oder weil er auch zu anständig war, um so vorzugehen wie Trump. Und jetzt sehe ich das Gleiche wieder bei beiden. Viele sind froh, dass sie den Trump los sind und erwarten, dass sich das jetzt von heute auf morgen alles ändert und das ist gar nicht möglich. Das haben sie in der Endrunde ja auch noch angesprochen. Und meine Frage ist nicht die Gefahr, dass denn die Enttäuschung so groß ist, dass wieder die andere Seite unheimlichen Zulauf bekommt. Ja, danke Herr Knuth. Wir haben das ja auch hier schon angedeutet, aber die Frage nach der Enttäuschung, Frau Benholdt, wie sehen Sie das? Wie groß könnte die sein, wenn Joe Biden jetzt diese ganzen Mammutaufgaben nicht hinbekommt, die wir schon skizziert haben? Das ist das große Risiko dieser vier Jahre. Deshalb habe ich vorhin das Wort Schicksalswahlperiode benutzt. Wenn nichts Transformatives und wirklich Grundlegendes sich verändert, dann kann man befürchten, dass in vier Jahren das Klima wieder umschlägt. Insofern haben Sie recht, es liegt ein riesiges Gewicht auf Joe Bidens Schultern. Und er muss und er kann auch um den Kongress herum einiges schaffen. Also man braucht den Kongress, das hat Obama ja auch gezeigt. Man kann Ideen finden und Wege finden, darum herum zu regieren. Es gibt Wege, aber es wird sehr, sehr schwierig. Aber wenn nichts wirklich Wichtiges und grundlegend sich verändert, ich glaube, man muss sich daran erinnern, dass Trump auf einer Ebene auch Obamas Erbe ist. Weil einfach Obama als Demokrat vielen Wählern, gerade denen in den unteren Einkommensklassen, nicht das geliefert hat, was sie von einem demokratischen Präsident erwartet haben. Sie haben sich betrogen gefühlt. Und das Gefühl darf nicht wieder aufkommen. Herr Richter dazu noch? Da noch eins hinzufügen darf. Katrin Benholdt hat vollkommen recht, aber was ich vorhin gesagt habe mit Mitch McConnell, die Gefahr besteht, dass die Republikaner es genau darauf anlegen, dass die eben zitierten Wähler in der unteren Einkommenshälfte nicht etwas von der Biden-Administration bekommen, weil Republikaner das nie gewollt haben, weil die Verfassung das letzten Endes nicht will über den Senat. Und das wird die große Tragik möglicherweise sein. International, glaube ich, hat der Anrufer sehr recht, sind wir eigentlich doch wegen der Erfahrung mit Obama sehr dafür gewappnet. Ich glaube, keine von uns war überschwänglich. Ich glaube, auch international sind die Hoffnung nicht zu groß. Sie sind sehr realistisch und man weiß, dass man sehr genau daran arbeiten muss, aber das ist schwierig. Aber es gibt, glaube ich, auch Themen, wo es einfach fast unmöglich ist, auch einen Kompromiss zu erreichen. Also jetzt zum Beispiel die Themen, die ja eigentlich Donald Trump im Grunde genommen vor vier Jahren an die Macht gebracht hat, vor allem die Einwanderung. Das ist ja so ein Thema, wo es fast unmöglich ist, diese Lager zusammenzuführen, wo es ja auch innerhalb der Demokraten unterschiedliche Lage gibt. Und dann das große Thema, was bei uns ja keins ist. Wir wollen noch einen Zuschauer rankommen lassen. Entschuldigung. Das Waffenrecht. Das Waffenrecht. Das ist auch eine ganz entscheidende Sache. Das Waffenrecht spielt auch eine wichtige Rolle. Wir sind jetzt aber in dem Teil, sorry, wo wir auch vor allem viele Zuhörer und Zuschauer zu Wort kommen lassen wollen. Ja, die Euphorie von Obama, die war sicherlich größer. Von daher vielleicht eine Verhalteneuphorie jetzt sorgt dafür, dass wir nicht so enttäuscht sein werden. Wir werden es sehen. Die nächste Frage geht an Andreas Steinmann aus Berlin. Guten Tag und Ihre Frage bitte. Ja, guten Tag, Herr aus Berlin nach Köln. Herzlich. Und zwar meine Frage ist nach Trump, der fast wirkte wie jemand, der vom Mars plötzlich runtergefallen wäre. Sind der Harris und Biden praktisch richtige Profipolitiker? Wird damit auch die Berechenbarkeit der amerikanischen Politik insgesamt gestärkt werden? Und wird eine Kanzlerin Merkel und die Nachfolger oder Nachfolgerin auch dann mit einer besseren Politik in den USA fertig werden müssen? Dankeschön. Wird diese Vernunft und die Profipolitik gestärkt? Ich glaube, das haben wir hier ja jetzt schon so ein bisschen ventiliert. Will noch mal jemand drauf reagieren? Ja, also ich würde sagen, ich glaube, die Berechenbarkeit wird auf jeden Fall gestärkt werden. Ich glaube auch einfach, der internationale Ton, die internationale Zusammenarbeit, die internationalen Gespräche werden einfach durchdachter werden und werden öfter stattfinden. Ich meine, man muss sich ja mal zurück überlegen in die letzten vier Jahre, wo dann einfach mal morgens auf einmal ein Tweet von Donald Trump gesehen wurde, wo da eine komplette Änderung in der amerikanischen Außenpolitik angekündigt hat, so aus dem Nichts und wo es auch nicht klar war, ob es da irgendwelche Beratungen gab. Das wird es, glaube ich, in der Form nicht mehr geben. Also die Berechenbarkeit international, die wird, glaube ich, meilenweit sich verbessern. Danke. Dann gehen wir jetzt mal zu Anke Krause nach Pirna. Guten Tag und Ihre Frage bitte. Meine Frage ist, hier wird schon Biden hier das Atomabkommen mit Russland wieder aufnehmen. Das Atomabkommen? Das Atomabkommen, Entschuldigung, ja, genau das Atomabkommen, wie sieht es da aus? Das INF-Abkommen, das wird, glaube ich, relativ schwierig werden. Es gibt ja mehrere Abkommen zur Abrüstung, dieses New-Start-Abkommen, was erst mal verlängert werden könnte. Das wollten die Russen sowieso. Da geht es um generell Atomwaffen. Und dann gibt es dieses INF-Abkommen, Intermediate-Range-Nuclear-Forces, also Mittelstrecken-Atomwaffen. Ich glaube, das wird schwieriger werden, weil da gibt es eigentlich einen Konsens, glaube ich, in der amerikanischen Außenpolitik, dass wenn es Neuauflage dieses Abkommens geben soll, dann wollen die Amerikaner, dass die Chinesen da auch ein Teil von sind. Und das wollen die Chinesen aber nicht, weil die Amerikaner halt sagen, warum sollen wir unsere Mittelstrecken-Arsenale begrenzen, wenn die Chinesen das nicht tun, die auch als Atommacht immer stärker werden. Und hätten da gerne was Allumfassenderes. Also das wird, glaube ich, schwieriger werden. Aber generell das New Start-Up-Kommen, das wird, glaube ich, verlängert werden. Und das hat sogar Putin ja schon gesagt, dass er glaubt, dass man da mit der beiden Administrationen drüber reden kann. Danke. Da spricht der Militärexperte hier an dieser Stelle. Wir gehen weiter zu Jan-Willem Roberts aus Beensberg. Guten Tag und Ihre Frage, bitte. Ja, guten Tag. An die Runde meine Frage. Wie viel Schaden kann der Donald Trump noch anrichten, bevor er das Weiße Haus verlassen muss? Wie viel Schaden kann er noch anrichten? Auch das hatten wir hier kurz schon skizziert. Aber Herr Richter, wollen Sie? Er kann noch einiges an Schaden anrichten. Aber die neuen republikanischen starken Männer werden das versuchen zu limitieren, weil sie wissen, dass sie Zweidrittelmehrheit im Supreme Court haben und dass sie ein langfristiges Spiel spielen, um die republikanischen Parteien der Mehrheit zu haben. Ihre Loyalität zu Donald Trump ist jetzt praktisch weg. Die Loyalität zum Machterhalt wird ewig bestehen bleiben und die Demokraten zu bekämpfen ist die Hauptmaßgabe. Wir gehen zu Kurt Bongatz aus Perleberg. Herr Bongatz, guten Tag und Ihre Frage, bitte. Ja, schönen guten Tag nach Köln hin. Ich habe doch eine Frage. Und zwar geht es darum, wie sieht Joe Biden das in der Zukunft mit der Souveränität hier in Deutschland aus? Vor allem in der Sache mit der Nord Stream 2 Pipeline. Ihre Frage bezieht sich auf Nord Stream 2. Das ist ja ein Projekt, was von den USA sehr stark kritisiert wurde. Das ist die Erdgas-Pipeline aus Russland, die bei uns in Mecklenburg-Vorpommern anlandet. Wie wird sich Biden zu Nord Stream 2 stellen? Vielleicht Frau Benhold? Also ich glaube, der Tenor ist da relativ bipartisan. Also beide Parteien in Amerika waren schon immer eigentlich gegen Nord Stream 2. Ich denke mal, die Kritik wird den Deutschen erhalten bleiben. Aber ich glaube, die Diplomatie des starken Manns, die wir bei, also die Drohungen und zum Teil Erpressungen mit zum Beispiel dem Hinweis, wenn ihr das macht, dann geben wir euch keine Nachrichten, dienstlichen Informationen mehr oder so. Was unter Trump kam, das wird anders geregelt werden. Da wird man sich sicher auf diplomatischer Ebene drüber unterhalten. Nord Stream 2 ist nicht populär in Amerika, auch nicht im Biden-Camp. Ein Halbsatz dazu noch. Wir müssen in Deutschland uns auch klar sein, dass das nicht die Trump-Administration war, die dagegen war. Es ist im Prinzip jede europäische Regierung dagegen. Die Holländer, die Dänen, die Polen, die ganzen Balten und so weiter. Es widerspricht der europäischen Energiepolitik. Wir machen uns da einen vor, wenn wir glauben, das war Trumps Schuld. Es ist eine anti-deutsche, europäische, amerikanische Front. Und ich glaube, das werden die Demokraten unter beiden sehr viel geschickter spielen, sodass es für uns faktisch schwerer wird. Das heißt, die Situation wird sich sogar eher verkomplizieren. Danke. Ja, dann gehen wir zu Alois Kreuter aus Rüsselsheim. Herr Kreuter, guten Tag und Ihre Frage, bitte. Ja, guten Tag. Ich wollte wissen, wie wird sich denn das auf den Ton in den Medien in den USA auswirken? Also weniger jetzt Fox News, sondern zum Beispiel bei CNN. Wird dann ein Anderson Cooper immer noch eine halbe Stunde lang enthört sein und ein Stephen Colbert ständig über Politik reden? Oder wird es dann auch wieder entspannter? Dankeschön. Sie sprechen ja ein Phänomen an, dass die Medien in den USA sehr stark polarisiert sind, dass Fox News eher zum Trump-Fan-Lager gehört und CNN sich auch stark in die demokratische Richtung entwickelt hat. Das ist eine Entwicklung, die man durchaus mit Sorge sehen darf. Was ist Ihre Einschätzung vielleicht an... Also ich glaube, ich bin da direkt angesprochen. Herr Bleitgen, direkt, ja, da haben Sie recht. Also ich, also erstmal lehne ich natürlich das ab, dass CNN im Lager der Demokraten ist, sondern wir sind natürlich direkt in der Mitte. So, so. Und ich glaube aber, dass da schon eine gewisse Entschärfung stattfinden wird. Man muss natürlich sich erinnern, dass Donald Trump in einer der ersten Pressekonferenzen schon einen Reporter von uns abgewirkt hat, uns als Fake News bezeichnet hat, die gesamten etablierten Medien als Fake News bezeichnet hat. Und ich meine, es ist natürlich nicht eine Sache, die man machen sollte, sich da auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Aber man soll sich natürlich auch von Regierenden nicht alles gefallen lassen. Und da muss man natürlich dann auch hart zurückkämpfen, hart recherchieren und dann auch hart berichten und harte Fragen stellen. Und ich glaube, das wird in der neuen Administration auch so weitergehen. Aber das war schon eine große Konfrontation, die jetzt stattgefunden hat. Ja, Frau Mayer, Sie haben gerade darauf reagiert. Wollen Sie es ausführen? Ein bisschen, ja. Also Fox News hat sich schon in der Nacht umorientiert, das muss man sagen. Und Sie waren auch die Ersten, die Arizona sozusagen als Biden-Land ausgerufen haben. Aber man muss unterscheiden, das wollte ich nur kurz sagen, weil das manchmal durcheinander geht, zwischen den Meinungsshows auf Fox News und auch CNN und dem richtigen Journalismus. Also dem Journalismus, den wir auch versuchen zu betreiben. Und die großen Sender ABC, CBS und wie sie alle heißen und auch CNN und auch Fox haben Journalisten. Und man kann hoffen, dass sie auch weiterhin ihre Arbeit machen, wie sie sie vorher gemacht haben. Aber natürlich die Arbeitsgrundlage für diejenigen, die ja total partisan und einseitiges Politikgeschehen kommentiert haben, für die wird es ein bisschen schwerer. Die müssen sich jetzt überlegen, wie sie weitermachen. Vielleicht nochmal ein Wort dazu. Oh ja, gerne. Ich finde, ein ganz entscheidender Hinweis hier ist natürlich, die sozialen Medien waren ganz wichtig als Plattform für Trump. Und ich finde, und da ist auch noch nicht ganz klar, wie sich das positionieren wird, aber meiner Meinung nach wird ganz wichtig sein, auch für diese Dolchstoß-Legende von Trump, dass diese Wahl gestohlen wurde, wie sich Twitter, Facebook und YouTube positionieren werden. Die haben jetzt sehr, sehr kurzfristig vor der Wahl den Trump sehr stark im Auge gehabt. Und immer, wenn er Fake News selber verbreitet hat, das auch so signalisiert. Aber das war schon sehr spät. Also sie hätten auch früher anfangen können. Und ich bin gespannt, wie sie das in den nächsten drei Monaten und dann darüber hinaus in den nächsten vier Jahren betreiben werden. Danke. Jetzt haben wir ja doch wieder zu dritt auf eine Frage geantwortet. Die Frage ist natürlich. Ich weiß, das mussten Sie, das verstehe ich schon. Aber wir wollen jetzt noch einen Zuschauer wieder einbinden. Philipp Größler aus Berlin. Guten Tag. Und Ihre Frage, bitte. Ja, guten Tag. In die Runde, ich möchte Bezug nehmen auf Herrn Richter, bei dem ich vorhin rausgehört habe. Herr Richter ist richtig, nicht? Ich bin mir ganz sicher. Alles klar. Bei dem ich herausgehört hatte, dass die 70 Millionen Trump-Wähler ja doch, dass das, ich sage es ja noch, ein bisschen überspitzt alles Klimaleugner sind, Waffenfanatiker, ein bisschen übertrieben jetzt. Das sind alles Idioten, sage ich jetzt mal. Ja, da muss ich immer noch daran denken, was, glaube ich, die Hillary Clinton, vorhin Janja gesagt hat, dass das die Plurables sind. Und das, denke ich immer noch, das hat sich bei denen einfach eingebrannt. Und inwiefern kann jetzt der Biden dafür sorgen, oder überhaupt das demokratische Lager, oder allgemein die Linksliberalen, dass sich diese Menschen eben nicht als die Plurables fühlen, sondern dass sie sich wirklich ernst genommen fühlen. Und was kann man wirklich dagegen machen? Da höre ich, außer dass ein Kompromiss bereit ist und ein netter Kerl, noch keine wirkliche Antwort darauf. Ja, die Deplorables, vielen Dank, Herr Grössler. Die Frage ist, glaube ich, angekommen. Die Deplorables sind die Mitleidenswerten, die Hillary Clinton, so hat sie die republikanischen Wähler genannt. Aber Herr Richter, Sie sind direkt angesprochen worden. Ich bin zum Glück kein amerikanischer Politiker, daher kann ich das auch ganz analytisch sehen. Ich glaube, analytisch liegt das richtig. Analytisch habe ich auch gesagt, dass diese Menschen, wie Christiane Mayer vorhin gefordert hat, abgeholt werden müssen, und sie hat das zu Recht gesagt. Dazu muss ihnen die Krankenversicherung günstiger werden und alles Mögliche. Und die Mieten müssen niedriger werden, die Löhne müssen höher werden und so weiter. Es braucht mehr Arbeitnehmerrechte und so weiter. Es braucht Urlaubsrecht, es braucht Mutterschaftsurlaub, es braucht gesetzlichen Urlaub und diese Dinge. Diese Menschen verstehen meiner Meinung nach nicht. Und die republikanische Führung spielt das ganz zynisch über Facebook mit Tausenden, mit Milliarden von Messages aus, um die sozusagen rein impulsiv abzuholen und zu sagen, Joe Biden ist ein Kommunist, das war ein Sozialist, das ist ein großes Thema gewesen. Das ist absolut lächerlich. Wer das glaubt, der hat wirklich niemals einen Volksschulabschluss mit ein bisschen Haushaltswirtschaft gemacht. Und das ist das Problem. Herr Richter, wir sind, Entschuldigung, Sie sind gerade wieder dabei, sich in Rage zu reden. War nicht in Rage, ich versuche das nur zu erklären. Nein, ich möchte an der Stelle leider, weil wir wirklich am Ende angekommen sind, einen Punkt machen. Wir haben, glaube ich, die Herausforderung für Joe Biden geschildert, auch für Deutschland und Europa. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Presseclub nachgefragt. Noch einen schönen Sonntag Ihnen, machen Sie es gut und tschüss. phoenix vor Ort